Hallo, ich bin die Alisa, ich bin Berater-Untermeister 2015 und bin jetzt seit einem Jahr Projektpartei von Sonne International. Ich bin jetzt seit einer Woche hier in Indien und trainiere die Kinder und ich hoffe, dass auch andere dieses Projekt unterstürzen, damit es weiterlaufen kann. Jetzt war das leider nur einmal eine Probe, ein Jahr, aber mit ihrer Unterstützung würde es natürlich weitergehen. Ich würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall weiterlaufen würde, weil die Kinder lernen und profitieren sehr viel davon.